Schulterdrücken Diese Übung dient zur Kräftigung der Schulter-, Rücken- und Armmuskulatur. Diese ermöglicht es dem Schweißer, in verschiedenen Positionen den Schweißbrenner stabil zu halten. Stehen Sie aufrecht. Die Füße stehen parallel und etwas schulterbreit. Die Arme zeigen nach oben, sind aber im Ellbogengelenk 90 Grad gebeugt. Halten Sie den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule und den Rücken gerade. Führen Sie die Arme nach oben bis in die Streckung. Halten Sie diese Position etwa zwei Sekunden, bevor Sie die Arme wieder in Ausgangsposition zurückführen. Halten Sie während der gesamten Übungsausführung den Rücken gestreckt.